Gerlingen ist eine Stadt nordwestlich von Stuttgart und etwa 10 Kilometer entfernt von der Kreisstadt Ludwigsburg in Baden-Württemberg im Landkreis Ludwigsburg. Gerlingen grenzt neben Stuttgart Weilimdorf auch an die Zingen und Leonberg. Geografie Gerlingen ist die südlichste Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg und liegt 336 Meter über Normal Null. Zu Gerlingen gehören die Stadt Gerlingen, die Stadtteile Genbüll und Schillerhöhe und die Häuser Bobsa, Forchenrhein, Gerlinger Heide, Glemstal, Krumbachtal und Stöckach sowie die abgegangenen Ortschaften Hausen am Gerlinger See, Höferle und Burg Richtenberg. Zu Gerlingen gehört das Krumbachtal mit bedeutenden Vorkommen von Amphibien sowie das Naturschutzgebiet Gerlinger Heide. Der Ort gehört teils zum Strohgäu, teils zur Kölperlandschaft und teils zum Heckengäu. Geschichte Es ist nicht bekannt, ob schon in der Altsteinzeit Menschen auf Gerlinger Gemarkung lebten. Die einzigen Funde aus dieser Zeit bestehen aus drei Stücken eines Mammutzans, die 1955 bei Kanalisationsarbeiten gefunden wurden. Im Frühneolithikum zeigen sich erste Siedlungsspuren der Linearbandkeramikkultur. Als man 1972 die Siedlungsreste einschließlich Geräten aus Feuer und anderem Gestein und Knochen nebst Honscherben ausgräbt, gilt Gerlingen als das älteste Bentkeramische Dorf Württembergs. Unter diesen Funden befindet sich auch ein auffälliges kleineres Fußgefäß, das wahrscheinlich aus Südosteuropa stammt. 1994 fanden sich Reste der Hinkelstein-Kultur und der Großgatacher-Kultur. Für den Zeitraum um 4700-4300 v. chr. ist eine Siedlung der Rössener Kultur nachgewiesen. Aus den Funden lässt sich schließen, dass am Ende des 5. Jahrtausends v. chr. Angehörige der sogenannten Schwieberdinger Kultur auf dem Gebiet des heutigen Gerlingen lebten. Die Schwieberdinger Kultur wird dann von der Kultur verdrängt, die sich schließlich in ganz Mitteleuropa ausbreitet. Nämlich von der Michelsberger Kultur. Bereits 1935 findet man beim Autobahnbau die über Reste einer dieser Kultur zuzurechnenden Keramik. Nur einige wenige Tonscherben belegen die Fortdauer der Besiedelung der Gerlinger Markung während der Bronzezeit. Jedoch zeigt ein durch einen Pflug beschädigtes Urnengrab, das auch im Strohgau die Weise der Totenbestattung sich der neuen Zeit anpasste. Die sogenannte Urnenfelder-Kultur bildet in der Archäologie den Schlusspunkt der Bronzezeit. Eine neue Gruppe von Menschen, die sich im 5. v. chr. bis nach Britannien ausbreitete, erreichte nachweislich bereits im 6. Jahrhundert Südwestdeutschland die Kelten. Berühmt ist das Grab des Keltenfürsten von Hochdorf, das sich nur wenige Kilometer Luftlinie von Gerlingen entfernt befindet. Dieser Keltenfürst wird der Hallstattzeit zugerechnet, die auch in Gerlingen Spuren hinterlässt. Drei Siedlungen und ein Grabhügelfeld dieser Zeit kennt man hier, die allerdings durch Bauarbeiten weitgehend zerstört wurden. In der der Hallstattzeit sich anschließenden Latinezeit setzte sich die Besiedelung fort, wie sich anhand von Scherbenfunden nachweisen lässt. Auch die Römer lassen sich am Fuße des Engelberges, der sich über Gerlingen erhebt, gerne nieder. Zeugen römischer Siedler sind die Überreste zweier römischer Gutshöfe, die bereits 1840 zum Vorschein kamen. Neben relativ unscheinbaren Mauerresten, einem Brunnen und der Ruine einer römischen Töpferei findet man auch die Überreste einer Fußbodenheizung. Die Herrschaft der Römer in Südwestdeutschland endete mit der Ankunft der Allemannen 259, 260. Gräberfunde seit 1880 belegen, dass sie sich auch in Gerlingen niederließen. Schwerter, Lanzenspitzen und sogar Schmuck, die man in ihnen entdeckte, beweisen ihre Anwesenheit. Die moderne Geschichte des Ortes Gerlingen begann 797 mit der ersten urkundlichen Erwähnung in einer Schenkungsurkunde. Guntart und Adelspirn, so lässt sich dieser Urkunde entnehmen, überreigneten eine Hofstadt mit Hube den Mönchen des Klosters Loesch, um sich ihrer Fürbitte bei Gott zu versichern. 17 Jahre später überließen sie dem Kloster weitere 90 Morgen. 902 tauschten die frommen Brüder ihren Besitz im Strogoi allerdings bei einem gewissen Regenbodo gegen einen großen Hof in Viernheim ein. Im Mittelalter gehörte die Markung Gerlingen einem Rittergeschlecht, dessen Angehörige Dienstmannen der Grafen von Kalf waren. Um 1100 wurde ein Benso de Geringen im Hirsauer-Kodex erwähnt, um 1120 ein Adalbertus. 1150 erschien der Name eines Wortwinus eines Lehnsmannsherzogs Welfaui. Das überlieferte Wappen der Ritter von Geringen, deren Angehörige noch im 14. Jahrhundert nachweisbar sind, wurde 1937 in das Wappen der Gerlinger Gemeinde integriert. Ihre Burg, die Burg Richtenberg, die sie auf der Höhe über Gerlingen erbauten, musste laut Überlieferung 1311 zwölftel einer Belagerung standhalten. Die Überrüste von Burg Richtenberg waren bis ins 19. Jahrhundert noch sichtbar, wie sich einer Flurkarte aus dem Jahr 1827 entnehmen lässt. Mitte des 14. Jahrhunderts kam Gerlingen zur Vogtei Leonberg, wie aus einer Urkunde hervorgeht, die 1347 den ersten Vogt benannte. Nach Leonberg mussten nun auch die Steuern entrichtet werden, die in der sogenannten Leonberger Urbaren aufgezeichnet wurden. Brauch und Recht wurden im Gerlinger Dorfbuch aufgezeichnet. Ein erhaltenes Exemplar von 1485 gibt Auskunft über Zuzugs- und Heiratsgebühren. Seit 1559 ist in Gerlingen eine eigene Schule belegt. Im Juli 1622 kam der Dreißigjährige Krieg auch im Dorf Gerlingen an. Die Soldaten des Leonberger Bezirks, zu dem Gerlingen seit dem 14. Jahrhundert gehörte, wurden eingezogen und mussten in der Nähe von Mauebronn ihren Dienst als Grenzwachen leisten, wo sie mit den wilden Scharen des kaiserlichen Feldmarschalls Tilli Bekanntschaft in einer ziemlich blutigen Schlacht machten. Auch von Durchmärschen und Einquartierungen feindlicher Soldaten blieb Gerlingen nicht verschont. 1634 bis 1638 quartierte sich der katholische General des Kaisers Matthias Graf von Gallas im Oberamt Leonberg ein, an den die Gerlinger Geld und Naturalien abliefern mussten. Dazu kam noch die Pest. Insgesamt kosteten Krieg und Pest im Dorf Gerlingen etwa 800 Menschen das Leben. Die Einwohnerzahl der Zeit vor dem Krieg konnte erst 170 Jahre später wieder erreicht werden. Das daraus resultierende Elend rief 1648 den Propheten Hans Geil auf den Plan, dessen Geschichte von Benkelsängern auf den Marktplätzen ganz Süddeutschlands verbreitet wurde. Im Jahre 1669 kam es zur Gerlinger Bürgerfäde, ebenfalls ein Ausdruck des Elends der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, als sich die Gerlinger wegen vermeintlichem Betrug der Ortsobrigkeit bei der Verwaltung des Zehnten auflehnten. Auch ein Hexenprozess ist aus dem Jahr 1672 aus Gerlingen überliefert. Allerdings ging dieser für die angeklagte Margaretha Butzenbach, ein 16-jähriges psychisch gestörtes Mädchen, relativ glimpflich aus. Nach dem Westfälischen Frieden im Jahr 1648 gelangt es dem französischen König Ludwig XIV. sein Territorium beträchtlich in Richtung Osten zu erweitern. Danach erhob er Ansprüche auf die Kurpfalz. 1688 stellte der französische Marschall Duras ebenfalls hohe finanzielle Forderungen an das Herzogtum Württemberg, die aber abgelehnt wurden. Daraufhin rückten die Truppen des französischen Kommandanten General Melak auch in Gerlingen ein. Aber bereits im Dezember 1688 gelang es schwäbischen Einheiten, die in Ungarn gegen die Türken gekämpft hatten und nun wieder in die Heimat zurückkehrten, Melak mitsamt seinen Soldaten wieder zu vertreiben. Doch bereits im Juli 1693 wurde Gerlingen erneut von einem französischen Heer heimgesucht. Die Dorfbewohner suchten innerhalb der Leonberger Stadtmauern Schutz. Gerlingens Nachbardörfer wurden von den Franzosen eingeäschert. Das blieb Gerlingen zwar erspart, doch wurde die Gemeinde gezwungen, sogenannte Sauvegardes einzukwartieren, wofür sie auch noch 600 Gulden bezahlen musste. Darüber hinaus wurden ihr noch die Kirchenglocken geraubt. Im 18. Jahrhundert hatte Gerlingen unter dem chronischen Geldmangel des Herzogs Karl Leugen zu leiden. Dieser vertrieb nicht nur den lange Zeit auf dem Schloss Solitjut in Gerlingen wohnhaften berühmten Dichter Friedrich Schiller, sondern verkaufte auch Gerlinger Bürger als Soldaten. Außerdem mussten die Dorfbewohner ständig frohen Dienste leisten, wie beispielsweise die harten Dienste beim Bau des Lustschlosses Solitjut. Der Vater des Dichters, Johann Kaspar Schiller, betrieb auf Schloss Solitjut die größte Obstbaumschule Süddeutschlands und legte damit die Grundlage für ausgedehnte Streuobstwiesen. Im 19. Jahrhundert stammten zahlreiche Missionare aus Gerlingen. Die beiden berühmtesten sind der Entdecker des Kilimandscharo, Johannes Rebmann, der von 1846 bis 1875 in Ostafrika wirkte und der Sprachforscher Johannes Zimmermann. Die Johannes-Rebmann-Stiftung hat das aus dem 16. Jahrhundert stammende Geburtshaus von Johannes Rebmann erworben und saniert und darin eine öffentlich zugängliche Missionarstube eingerichtet. Der Erste Weltkrieg kostete 119 Soldaten aus Gerlingen das Leben. An seinem Ende wurde die Weimarer Republik ausgerufen und zum ersten Mal durften auch die deutschen Frauen zur Wahlurne schreiten. Die Beteiligung bei der Wahl einer verfassengebenden Landesversammlung im Jahr 1919 betrug in Gerlingen 91,2%. 1926 wurde Gerlingen an das Feuerbacher Straßenbahnnetz angeschlossen. Am Ende der Weimarer Republik erreichten die Kommunisten in Gerlingen sehr gute Wahlergebnisse. Während die NSDAP selbst bei der von Repressionen begleiteten Reichstagswahl im März 1933 nur auf 36,6% kam. Doch der Gerlinger Gemeinderat wurde ebenso gleichgeschaltet wie alle anderen in Deutschland. Und Bürgermeister Paul Hohli bekam ihn kontrollierende NS-Beigeordnete zur Seite gestellt. Die Kommunisten Friedrich Fronmüller, Willi Grau, Eugen Rippmann und der Sozialdemokrat Wilhelm Zeb wurden auf dem Heuberg in Schutzhaft genommen. Bereits 1938 begann die Erfassung aller wehrpflichtigen Gerlinger und im Sommer 1939 mussten sich die Jahrgänge 1910 bis 1928 zur Musterung einfinden. Ein Jahr später trafen die ersten französischen Kriegsgefangenen zum Arbeitsdienst ein. Im Zweiten Weltkrieg fielen 154 Gerlinger Soldaten und sieben Zivilisten. Eine weitere Folge der Zeit des Nationalsozialismus für Gerlingen bedeutet der Verlust der Solitude, die seit 1852 zur Gerlingermarkung gehörte. Die Nationalsozialisten planen auf dem Gebiet eine Gebietsführerschule der HJ und halten es für günstiger. Das Gebiet 1943 immerhin ein Viertel der Gemeindemarkung, auf der sich zudem noch der Gerlinger Wasserbehälter befand, der Gemeinde Stuttgart zuzuschlagen. Nach dem Krieg kann den Stuttgaratern nach erbittertem Kampf wenigstens nachträglich eine Entschädigung von 300.000 Deutsche Mark abgerungen werden. Zur Rückgabe des Gebietes ist die Landeshauptstadt nicht zu bewegen. Im Jahre 1953 erfolgte die Eröffnung des Tuberkulose-Sanatoriums Schillerhöhe in der Bauruine der unvollendeten NS-Gebietsführerschule gegen den entschiedenen Widerstand der Bevölkerung, aus dem sich die Klinik Schillerhöhe, Zentrum für Pneumologie, Thoraxchirurgie und Beatmungsmedizin entwickelte. Am 30. Juni 1958 erhielt der Ort die Stadtrechte. Denn in nur 15 Jahren erhöhte sich die Einwohnerzahl von 3.800 auf 10.000. Dies war vor allem ein Ergebnis der Zuwanderung nicht zuletzt auch Zahlreicher Vertriebner aus Osteuropa 1969 erreichte Gerlingen mit knapp über 19.000 Einwohnern die höchste Einwohnerzahl, die seither kontinuierlich zwischen 18.000 und 19.000 schwankt, während gleichzeitig in großem Umfang Äcker, Grünland sowie die Schillerschen Streuobstwiesen bebaut wurden und werden. Mit Auflösung des Landkreises Leonberg wurde Gerlingen 1973 dem Landkreis Ludwigsburg zugeschlagen. Wirtschaftlich mauserte sich Gerlingen nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls vom Dorf zur Stadt. Viele kleinere und größere Industriebetriebe siedelten sich an, der größte darunter die Firma Bosch, die auf der Gerlinger Schillerhöhe ihre Hauptverwaltung hat. Ein Schwimmbad mit Sauna, eine Stadthalle, ein neuer Schulkomplex und eine neue Mehrzweckhalle werden gebaut. Besonders erwähnenswert ist die neue Stadtbücherei, deren Gebäude auch in Architektenkreisen als positives Beispiel moderner Architektur gilt. Gerlingen ist heute eine überdurchschnittlich von Einkommenstaatenhaushalten geprägte Stadt. Gründe hierfür sind einerseits die Nähe zu Stuttgart, die guten Verkehrsanbindungen, die gute wirtschaftliche Situation und die optisch ansprechende Innenstadt. Andererseits auch weiche Standortfaktoren wie die vielfältige Vereinslandschaft, vielfältige Kindergartenangebote, außerordentlich attraktive Wohnlagen mit Blick ins Strohgäu am Rande von Weinbergen und Streuobstwiesen sowie ein hoher Waldanteil von fast 50 Prozent. Der Gemarkung Seit 1275 ist die Existenz einer Kirche in Gerlingen nachgewiesen. Seit der Einführung der Reformation in Württemberg ist Gerlingen vorwiegend evangelisch geprägt. Auch heute gibt es vier evangelische Pfarrämter in der Stadt. Aber auch eine römisch-katholische Gemeinde ist wieder entstanden. Daneben gibt es heute auch eine evangelisch-methodistische, eine neuapostolische und eine freikirchliche Gemeinde. Es besteht auch eine Ortsversammlung der Zeugen Jehovas Gerlingen. Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Die Zahlen sind Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Politik Gemeinderat Seit der letzten Kommunalwahl am 25. Mai 2014 hat der Gemeinderat 22 Mitglieder. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,06 Prozent. Die Wahl brachte folgendes Ergebnis. Weiteres Mitglied des Gemeinderates und dessen Vorsitzender ist der Bürgermeister. Bürgermeister 1955 bis 1983, Wilhelm Eberhard. 1983 bis 1999, Albrecht Sellner. Seit 1999, Georg Brenner. Das 1937 festgelegte Wappen zeigt unter goldenem Schildhaupt darin eine schwarze Hirschstange, in schwarz zwei abgewendete goldene Radfelgen. Die Hirschstange steht für die Zugehörigkeit zu Württemberg, während die Radfelgen aus dem Wappen der Herren von Gerlingen entnommen sind. Die Stadt Flagge Gallen-Ginz ist gelb-schwarz. Städte Partnerschaften Gerlingen unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu. Deutschland Gefäll im Bundesland Thüringen in Deutschland. Frankreich Versoul in der Region Fransch-Konkt in Frankreich seit 1964. Ungarn-Tata in Ungarn seit 1987 und Vereinigtes Konigreich-Sieham in England seit 1988. Die Stadt übernahm 1968 die Patenschaft für die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Baden-Württemberg. Kultur und Sehenswürdigkeiten. Neben dem Stadt- und dem Heimatmuseum gibt es auch ein Museum der Deutschen aus Ungarn in Gerlingen. Gebäude Das Gebiet um das 1763 von Herzog Karl Leugen erbaute Schloss Solitude mit seinem gesamten Wohnplatz gehörte bis zum 1. April 1942 zur Gemeinde Gerlingen. Wurde dann nach Stuttgart eingegliedert und dem Stadtteil Botnang zugeordnet. Das zum Wohnplatz Solitude gehörige Gebiet des Sanatoriums auf der Schillerhöhe wurde 1951 wieder an die Gemeinde Gerlingen zurückgegeben. Das Schloss gehört heute zu Stuttgart-West. Das Rippmannhaus mit Missionersstube, ein Literaturmuseum, wurde von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zum Denkmal des Monats Januar 2004 ernannt. Wirtschaft und Infrastruktur. Gerlingen ist ein Weinbauort, dessen Lagen zur Großlage Weinsteige im Bereich Rehmstall-Stuttgart des Weinbaugebietes Württemberg gehören. Gerlingen ist durch die Bundesautobahn 81 an das überregionale Straßennetz angebunden. Die Stadtbahnlinie U6 verbindet Gerlingen mit dem Stuttgarter Nahverkehrsnetz. In Gerlingen ist die Robert-Bosch GmbH der größte Automobilzulieferer der Welt ansässig. Zu erwähnen wären außerdem noch Werke bzw. Niederlassungen der Sandutz GmbH, Endres plus Hauser, Kondakta GmbH, Trumpf GmbH plus KKG sowie die Mühleisen GmbH. Neben einem Gymnasium und einer Realschule gibt es mit der Pestalozzi-Schule auch eine Grund- und Hauptschule mit Werk-Realschule und mit der Breitwiesenschule eine reine Grundschule in Gerlingen. Für die kleinsten Gerlinger bietet die Stadt fünf Kindergärten und eine Kinderkrippe an. Daneben gibt es je zwei evangelische und römisch-katholische Kindergärten und einen privaten Montessori-Kindergarten. Persönlichkeiten Ehrenbürger 1892 Johann Jakob Michelin Ortsvorsteher 1957 Fritz von Grevenitz Maler und Bildhauer 1967 Otto Schöpfer Stadtarchiver 1974 Gottlieb Eisele Ortsvorsitzender im Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fürsorge 1983 Friedrich Schaffert Stadtarchiver 1983 Wilhelm Eberhard Bürgermeister 2015 Albrecht Sellner Bürgermeister Söhne und Töchter der Stadt Jakob Weitle Weingärtner und Weinforscher Johannes Rebmann Missionar Sprachforscher und Geograf 1848 Entdecker des Gilimandscharo Johannes Zimmermann Missionar und Sprachforscher Wilhelm Gutbrot Gründer der Motorradfabrik Standardfahrzeugfabrik in Ludwigsburg und des Gutbrotwerks in Plochingen am Neckar Rainer Wieland Jurist und Politiker Vizepräsident des Europäischen Parlaments Markus Rösler Landschaftsökologe und Landschaftsökonom Abgeordneter im Landtag Baden-Württemberg Nachfahre von Johannes Rebmann Smudo Geburtsname Michael Schmidt Sänger der Fantastischen Vier Sänger der Fantastischen Vier